Was? Dadurch schon tot? Ich habe schon ein Boot gecraftet. Leute, hat sich der Plan geändert? Ich bin da, wo seid ihr? Oh, fuck nein! Da ist Zinus, die sind alle da, die sind alle da unten. Der nächste Punkt für unseren Plan, der... Was? Dadurch schon tot? Was, was, was? Hier ist ein Skelett, hier ist ein Skelett mit dem Bogen. Felix, ich kann dich nicht hören. Spark, ich bin bei dir. Ja. Klumms auch da. Lauf mal nach links, lauf mal nach links. Warte, ich brauche ein Schwert. Ich sehe euch, ich baue hier gerade Holz ab, ich baue hier gerade Holz ab. Sehr gut. Lass ein bisschen Holz mit dem und dann geht's Richtung Westen. Ne, da sind mehrere Leute, da sind noch zwei andere. Das ist Kathi und Dena da hinten. Ja, ja, wir sind hier, wir sind hier zusammen. Richtung Westen laufen, seht ihr uns. Hallo, 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 hallo. Ach Gott, Felix. Komm zu uns. Zu mir, zu uns, zu uns, zu uns, nach Westen. Dadurch ist einfach fast flatt. Felix, wo ist Westen? Hier, hier, hier. Oh. Stopp, wir sehen dich. Hallo, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hi. Nach Westen, nach Westen, nach Westen. Weiter, 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 weiter. Sind das hier diese guten Blümchen, die man ein vraiment survived solltet ihr ат? Was viele ich hab schon, schwert, ich hab schon ein Schwert Ok, sehr gut. Seid ihr im Wasser oder wo seid ihr? Nein, wir sind nicht am Schwer, äh, wir sind nicht am Wasser, nee. So dann, ab zum Fluss würde ich sagen. Vielleicht gibt's noch ein Setzling, den wir mit nehmen können, das wäre schon geil. Oh einen Setzling, paub schaub ein paar Blätter ab, aber Vorsicht, nicht, ehm. Hey Leute, seid ihr noch bei dem Fahnen? Ja, wir sind nicht da, wo wir gesponsen sind. Du kennst ja die Karte, wo wir gesponsen sind. Bitte, bitte, bleibt gruppiert zusammen. Ganz dicht zusammenbleiben. Oh mein Gott, Digga. Leute, habt sich der Plan geändert? Ich bin da, wo seid ihr? Oh fuck! Habt ihr mich zurückgelassen, oder was? Nein, 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 nein. Was? Komm, wir töten die ganzen Dinger hier. Guck mal, wie viele Tiere hier sind. Die Karte bei dir ist... Wo? Bei mir? Ich hab zwei Setzlinge bekommen, bisschen Erde. Okay, let's go. Zum Fluss, Leute. Alle mir nach. Der erste ist gestorben. Kulke Elkers Tod. Da ist schon voll viele gestorben. Oh, da hab ich gar nicht mitbekommen. Nicht sprinten und springen. Spart euch den Hunger, bitte. Ah, ja, ja, ja. Ultra Hardcore. Jedes bisschen Schaden, was man bekommt, geht nicht weg. Außer man ist Goldäpfel eigentlich. Laut auf dem Weg. Daisy einsammeln, daisy einsammeln. Hier sind noch mehr an der Seite müssen sein. Von der dünn Map aus. Ja, das sind die guten. Genau die. Am Wasser sind Creeper. Wir sind schon an der Flussmündung zum Meer. Wir sind an der Flussmündung zum Meer. Ja, wir müssen da jetzt auch jederzeit ankommen. Kommt zur Flussmündung zum Meer, wir sind da. Ja. Zander, bist du da? Ja, ja, ja. Wir sind hier. Ich hab abgebaut und du bist vor mich gelaufen. Ich hab abgebaut und du bist vor mich gelaufen. Was ist das? Nicht so viel Essen verbrauchen, bitte, Leute. Vorsicht, Wolf, Vorsicht. Nicht aggressiv machen. Wir sind Hühnchen, Hühnchen. Hast du auch Saplinge? Baut die Lagerfeuer ab, dann kriegen wir Kohle. Ja, also wir sind hier gerade einigermaßen safe. Wer ist das da in dem Wasser? Keiner von uns. Wo sind die Wasser und so? Vielleicht sind die mit dem Boot schon vorbeigefahren? Ja, vielleicht sind die schon da. Da drüben sind übrigens Pilze. Wollen wir gruppiert mal versuchen Pilze zusammen. Warte, lass mal zum... Wo, 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 wohin, wohin? Wir können hier sprinten. Es sind Kuchen an jedem Sportpunkt. Du bist bei uns im Team, oder was? Ja, ich bin bei euch im Team. Wer ist im Team? Was? Kev, ich bin bei euch. Es ist ein Kuchen an jedem Sportpunkt? Bei mir war keiner. Ein Kuchen. Lass mal alles zu Thunder gehen. Komm, wir gehen jetzt zusammen und gucken, ob es noch mehr zu holen gibt. Okay. Hier ist ein Papagei. Ich hab so Stein gezogen. Ja, eben. Ich baue jetzt mal ein bisschen Stein ab, okay? Ja, ich bin Stein ab. Ja, warte Spark, du bist mit dem Zander, du bist alleine. Komm zurück. Ja, super, danke. Hier sind Schafe. Sind Schafe. Kev, wollen wir die Schafe eben nehmen? Ja, ungelogen. Ich hab so viel Fleisch. Ich hab so viel Fleisch. Leute, ich geh jetzt auch kurz diese Dings da abschlachten, die Tiere hier noch. Ey, unter der Erde ist jemand unter der Erde? Achso, das bist du, Leute. Hat hier jemand mit Werkbank? Ja, hier, Kev. Hier. Ey, ich frag mal kurz bei den anderen nach, ja? Hat jemand bei euch genug Holz für eine Werkbank? Ja, hier ist eine. Haben wir denn genug Boote? Hier, Dena. Kannst du ihn geben? Hä? Ich hab genug Essen für uns alle, aber ich brauch Cobblestone für den Ofen. Cobblestone gibt's leider. Ich hab nur andere Seed gefunden unterirdisch. Danke. Ich bin nicht so tief, aber vielleicht finden wir dann... Ja, Dena hat Cobblestone. Müsste eigentlich klappen. Hallo? Ja, wer braucht Cobblestone, wer braucht Cobblestone noch? Wer braucht Cobblestone? Ja, hier, hier, gerne. Haben wir genug Boote gerade? Ja, Cobblestone auf Stück. Mach Schwerte für alle, oder? Oh, warte mal. Willst du Schwert machen, oder was? Ja, Leute, lass uns mal auf die Insel, oder? Ja, lass uns mal auf die Insel, oder? Ja, lass uns mal auf die Insel. Da hinten ist jemand, der nicht zu uns gehört. Das ist Baloui. Es ist Baloui, es ist Baloui. Baloui gehört zu uns. Ja, komm, lass einfach mal... Entspannt jetzt erst mal. Ja, wir würden alle leben uns. Baloui ist direkt bei uns. Baloui wird... Baloui ist von uns. Baloui ist von unserer Gruppe. Ach, Katzi, es tut mir leid. Du hast gecraftet. Alles gut. Krim? Ja, ja. Okay. Let's go. Oh, sorry. Wo sind die anderen? Okay, die anderen müssen... Warte mal, ich guck mal kurz eben. Ich hab's dreimal gesagt. Leute, wo seid ihr? Genau, wir sehen da Boote. Hier ist ne Wendung. Wir können die Fische killen, ne? Stimmt. Es sind auch überall Crafting Table unterirdisch. Keine Ahnung. Die alle in dieses Loch da rein? Da ist Zinus, die sind alle da. Die sind alle da unten. Genau, die sind alle unten. Unter der Erde schon? Ja, hier drin. Oh mein Gott, ich werd so an Trämen da hin. Steuerung drücken zum Schwimmen. Wie geht das denn jetzt? Ey Leute, ich baue erst mal die Boote ab. Ich muss sprinten. Ich muss sprinten und ein Schiff drücken und zwei von runter. Nicht hauen hier. Nichts abbauen gerade. Ich hab's doch keiner geschafft. Ja moin, Alter. Wollen wir alle mal zusammen in einen Channel? Wir haben es alle geschafft einfach nur. Wart mal. Hier, Felix. Okay. Ich denke, haben wir oben die Brute weggemacht? Nicht, dass wir... Wir müssten ja vielleicht... Oh! Wer war das in dem Wasser? Bruder, mach doch nicht diesen, Leute. Ich hab fast in die Höhle reingekickt gerade. Ich denke, ich würd dran, nicht so viele Gänge zu bauen. Ich hab... Ich hab... Ich hab zehn Kohle. Äh, Klim, soll ich hier noch die Seite mit abbauen, Ivan? Ja, das wär praktisch. Wir müssen einen großen Raum bauen für Spark, damit wir hier Bäume pflanzen können. Genau. Ich hab zwei Semina dabei. Ich hab zwei Semina dabei. Das ist schon wieder... Was machst du hier los? Was machst du hier los? Hier ist ein Creeper direkt neben uns. Nicht auf dem Bauch. Nein, was? Okay. Hier ist Kohle. Oh, den mitnehmen auf jeden Fall die Kohle. Mit Gaming Guides, könntest du dir einen anderen Skin zulegen? Das ist ja voll. Das ist ja voll. Das ist ja voll. Das ist meine Herren. Wir reden da unten die ganze Zeit von Creepern und dann stehst du neben dir. Ey, und Sneak aber trotzdem ein bisschen, ja? Das ist ja trotzdem geil. Ja, ja, Sneaken. Oh ja, Sneaken. Voll vergessen. Und Leute, wichtigste Regel, baut nicht unter euren Füßen ab. Also, ich glaub nicht, dass jetzt wirklich jemand hinkommt oder so. Das ist... Wir sind zu viele. Wir sind zu viele. Hat jeder ein Steinschwert? Ich hab, äh, Eisen. Sehr geil. Schilder für alle. Okay, stark. Achso. Was machen wir als erstes mit dem Eisen? Schilder, oder? Für, für, für... Schwerter, Schwerter, Schwerter. Nee, Schwerter, Schwerter. Hier in dem linken Ofen brennen zwei... Drei Eisenbrennen da drin. Wir sollten eine Truppe... Wie soll ich denn Kohle und sowas noch hin tun? Wenn ich was finde? Wir brauchen jetzt Ruhe. Wie toll es sich anfühlt, dass die Strategie funktioniert hat. Ja, wirklich. Übrigens... Ähm... Was? Nein, Kati! Was? Hä? Kati? Nein! Leute, passt auf, unten ein fettes Cave. Kati ist reingefallen, durch Mobs gestorben. Nein! Oh, du Scheiße! Oh, nein! Sie ist raus! Nein! Oh, what the fuck? Wie toll es sich anfühlt, dass die Strategie funktioniert hat. Ihr müsst ganz, ganz vorsichtig sein, wie gesagt. Scheiße. Alles fette Cave und... Ja, ich weiß wo. Shit, ich hab doch gesagt, baut nicht... Warte mal, Cave im Sinne von Spawner? Oh, fuck, ey. Hat jemand ein Holz für mich? Aber bei ihr kam nicht diese rote Jet-Meldung, ne? Ja, weil sie nicht gekillt wurde vielleicht? Ja. Aber ich glaub, die anderen wurden auch nicht gekillt, oder? Ja. Aber das ist ne gute Nach... Also, es ist scheiße, dass Kati gestorben ist, aber Spinnen sind ne gute Nachricht. Weil Strings und Angeln. Ja. Und Bögen, Digga. Bögen. Was war das denn für ein Sound grad? Oh, fuck, Leute. Ich hab schon einen Schaden bekommen, ne? Hier ist irgendwo ein Skelett. Weil hier baut doch jemand. Ja, passt auf! Hört mal, alle aufzubauen! Ja. Dena baut. Dena und Kati bauen noch. Ne, Dena ist hier. Keiner baut mehr. Kati ist tot. Okay, es baut keiner. Anstatt den Raum größer zu machen, bitte zwei, drei Blöcke nach unten, okay? Und dann können wir Bäume pflanzen. Und dann haben wir auch Äpfel, theoretisch. Spark, komm her. Ich werf dir mal alles hin, wo ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Nix, Spark, guck mal. Guck mal. Ja. Guck mal hier. Du Arschloch, ohne Witz. Ja, ja. Eins gegen eins. Der nächste Punkt für unseren Plan wäre, irgendwann später rauszugehen und sich einen safen Punkt zu bauen, um Spinnen zu töten. Wir haben nen Plan. Wir haben nen Plan. Steht im Discord in Infos. Alles gut, ich hab den gelesen. Ich wollt grad sagen, machst du den Early-Boy, oder was? Was? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll, Spy. Guck mal. Achso, hier ist die Kiste. Kann jemand, der kein Eisenschwert hat, bitte zu mir kommen? Ja. Unten ist übel die Höhle, ne? Aber ich hab ein Holzschwert. Na ja. Oh. Ehre. Wuhu. Ach ja, passt bitte auf, nicht über nen Baumsetzling zu laufen, weil wenn der wächst, kriegt der auch Schaden, ohne die grad drübersteht, ne? Machst du mit Holz? Ja, ist halt schwierig ohne Holz, ne? Bisher. Ich hab's dir hingeworfen, ne? Hinter dir. Ach du Scheiße. Äh, farmt von, äh, farmt auf Höhe 5 bis 28. Ich hab den Sheldon geworfen. Klümp, bitte nicht ausrasten. Ich hab mit mir... Achso. Jetzt bitte mal ne Fackel neben dem Baum. Vielleicht ist es so dunkel, wir sehen das nicht wie die Gamma. Mach ich, mach ich. Kümmer ich mich dran. Ja, setz mal ne Fackel. Digga, ohne Witz-Gaming-Guides, ne? Dein Scammer. Äh, ey, was ist denn los? Der killt einfach. Der killt einfach. Ja? Ähm, hast du gemacht? Was? Was hab ich gemacht? Ich dachte, du machst mir grad ein Eisenschwert. Ich hab keinen Eisenschwert. Ich hab keinen Eisenschwert. Achso. Wie soll ich ein Eisenschwert machen ohne Eisen? Ja, ich hab... Achso, okay. Ich glaub ich... Kev kümmert sich warum die ganze Ausrüstung, oder nicht? Ne, der ist farm, glaub ich. Ja, Kev und Lena sind unten am farm. Oh, da stehen ja die Kills dahinter. Die Kills? Oh. Null. Nice. Es gibt jetzt Diorite-Treppen? Das wusste ich noch gar nicht. Sie. Leute, willst du keinen Diorite? Okay, dankeschön. Oh, der Baum ist gewachsen. Geil! Ja, war das Lichtproblem. Die Höhle hier habt ihr gesehen? Ja, die hab ich grad entdeckt. Ich bin direkt hinter. Ich hab halt noch nicht ein Erz gefunden. Oh, Kohle. Nice. Die Höhle, die wir unter uns haben, die kommt riesengroß und voll mit Skeletten, Creepern und sonstiges. Ist das ein bisschen gefährlich? Oh Mann, Gaming Girl, ich erschrick mich wirklich für dir. Jetzt fang du dich auch noch an. Ich finde, er sollte sagen, wir sollten eine Position verschreiben, bei dem wir ihm zwingen, sein Kind zu wechseln. Ja. Oder er stimmt aus Versehen. Ey. Ich hab übrigens noch richtig viel Essen, ne? Hat jemand noch einen Spitzhacker für mich? Spark, wo droppt mehr, wenn man Blätter abbaut oder sie verschwinden lässt? Wo ist die Höhle? Oh, Zombie, Zombie, Zombie. Vorsicht. Ey, Achtung weg, weg, weg. END